Da habe ich die Vaginas nicht kommen sehen, ey. Oh, meine Güte. Oh, hi. Hi, Pristus. Moms Fuss. Irgendwas hast du kaputt gemacht. Weiß zwar nicht was, aber irgendwas hast du zerstört. Stopp. Mein Gott. Jetzt ist aber gut hier. Blopp. Einfach, weil wir's können. Geheimraum. Pille. Ach, Bad Trap, genau. Ich nehm mich mit. Ah, ich sag noch hier, was von Dings. Lol, zweimal. Laber nicht. Wann, was machen wir jetzt? Oh, wir kommen ganze Zeit Schaden. Selbst am Temperance-Automaten jetzt. Warte, wahnsinnig. Wann, will ich nicht dazu full health? Warte, erst wenn wir... Wann, nochmal. Huh, scheiße. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich habe ein bisschen Fehler gemacht jetzt. Bisschen nur. Egal, 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 egal. Egal, egal. Sterben... Alter, wenn wir jetzt sterben. Das wäre unglaublich ärgerlich. Machen wir, wir könnten... Nee, nee, wir werden aber nicht sterben, weil... Weil wir... Ja, wir bekommen zwar ein ganzes Herz Schaden, aber... Aber, 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 aber... Jetzt muss ich kurz aber... Äh... Ja, ich... Warte mal. Wie kann ich das machen? Ja. Achso, er nimmt nur ein halbes... Oh, lol. Egal, dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Jetzt habe ich so viel Geld, dann kannst du natürlich nirgendwo, äh, Donation, also kannst... Oh, lol. Ja, läuft. Bäh. Läuft schon wieder Bett. Alter, aber die mich verarschen. Die mich alle verarschen. Bäh. Bäh. Äh, kommt... Noch kommt nicht. Nee, nee, noch kommt nicht, äh. Hier, der Endboss. Ja, du wirst sterben. Und zwar ein Wie, Alter. Angel, die... Was ist das? Höh. Noch nie gesehen. Äh, äh, ehrlich. Bin... Äh. Hä? Ach, das ist, glaube ich, davon habe ich gehört. Ich habe es noch nie gesehen. Also noch nie in Aktion, aber ich habe das schon mal gehört, glaube ich. Hat mal irgendein YouTuber was von erzählt. Damit sind wir... Halt, solange wir Escape drücken, unsterblich. Aber das brauchen wir. Also Unsterblichkeit brauchen wir jetzt echt nicht. Ist das auch in Space? Flight und Holy. Ah, egal. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ähm. Ich würde gerne noch clearen, ohne Scheiß. Ich würde... Ich habe echt noch Bock zu clearen, da wir so viel... Da wir... Da wir so viel Schaden machen. Äh, cleanen wir auch. Das werden wir auf jeden Fall machen. Damn. Ah, nee, das weiß ich nicht, was ich macht. Wusste ich noch nie, werde ich nicht wissen, wahrscheinlich. Außer, außer schreibt irgendwann mal einer in die Comments. Dann bin ich bald allwissend. Aber sonst nicht. Oh, nice. Nice. Lol, aber nicht. Was bist du denn jetzt? Ja, hier, wir können einmal hier so schießen, so. Oh, das Parasite. Okay, cool. Ja, nee, ist aber... Lieber da Book of Belial. Leck. Sorry, Leute. Wie hat das... Äh, ich kann euch schon sagen, äh, das wird sich, äh... Ja, quasi kurz nach Weihnachten ändert sich das wieder, weil ich mir, äh, zu Weihnachten komplett neuen Ram hole. Also dann kriegt die restlichen vier auch noch mein Kollege. Und dann bekommt er, weil ich, ich muss mir so... Ich hatte sowieso vor, mir einen neuen Ram zu holen, auch komplett. Weil meiner einfach schon etwas jetzt veraltet ist, sag ich mal. Für diese ganzen neuen Spiele, wie der Thorns Warfare jetzt auch, oder Lord of the Fallen, will ich ja unbedingt spielen. Aber kann ich halt nicht, weil es eigentlich wirklich sehr, sehr... Na, sehr, sehr viele Nachlecks hat. Weil mein Ram einfach nicht in der Lage ist, das komplett schnell, schnell genug zu verarbeiten alles. Ja, ja. Ich fühle es wie hier, ich fühle es so viel hier, über Hardware. Aber das könnte, könnte man sich beim Namen HH die Hardware auch fast denken, ne? Fast. Dauer. Häää! Bam, 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 bam. Sterbt. Danke. Jetzt habe ich irgendwas liegen lassen, die Bad Triple in der Mitte, ey. Den nehmen wir schmiert. Den letzten Raum da noch klären und dann gehen wir weiter. Ne, aber ich habe halt doch schon auch auf den Bad-Bettler gehofft, vielleicht. Deshalb. Weil wir halt so viel Geld haben. Hätte ich schon gedacht, ja, vielleicht ein Bad-Bettler. Das wäre doch voll easy. Nice. 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 Ja, ich hätte den Run echt, echt viel, viel besser machen können, indem ich einfach ein bisschen noch drauf geachtet hätte, weniger Schaden zu nehmen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, sobald ich viel Damage mache, bin ich relativ unvorsichtig. Das ist einfach so. Ja, nehmen wir jetzt das eigentlich mit? Ne, oder? Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Quatsch. Komm. Weiter geht's. 40 Minuten, ey, schon, ey. Voll krass. Voll krass. Voll krass. Können wir nicht rein, leider. Oh, Sound lag sogar. Es war sogar kurz der Sound. Alter. Ohne Witz. Es tut mir leid. Ey. Ah, K-K-K-K-K. Es tut mir echt leid. Ich kann. Alter. Ohne Witz. Krieg dich ein. Höre, was ist denn jetzt? Ihr habt das Geräusch gehört, wa? Also, ich hoffe. Ich denke. Äh, wir machen euch am besten kaputt. Ah, okay, so. Rotten Baby macht's. Der erledigt. Der regelt. Also, der will kommen. Ah, ich hätte diese Dev einsetzen können bei dem, aber ja, bei so Fakina wäre die Dev besser gewesen. Ah, wo wir später hinterher kommen? Komm, 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 machen sie kaputt. Bam, bam, bam. Aua, lol. Dich habe ich da gar nicht beachtet. Pillen. Oh, cool. Spiel ab. Ja, endlich. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ihr seid heute asleep. Oh, was ist das für eine Brille? Lock up. Yay. Wir können eigentlich nicht mehr verkacken. Wenn ich verkack bin, bin ich verdammt schlecht. Leute, er inkludiert doch noch, ey. Globetakt. Globetakt. Boom, boom, boom. So. Alter, dieses Item 1 plus 1 free, ey, das ist so nice, Mann. Wow, Mams, Hände kommen. Komm. Komm. Da. Alter, vier Hände, es sind vier Hände, es sind vier Hände. Ja. Zack. So, äh, machen wir mal Geheimraum. Den spreng ich. Den werde ich auf, aufbangen. Ich hoffe, ich bange richtig. Oh, natürlich nicht. Hiss. Hä? Sag mal, ohne Witz. Ey, ich kann das nicht, ne? Äh, nee, toll. Hat sich nicht mal gelohnt. Scheiße. Oh, hi. Alter, ist okay, Leute. Ist okay. Nehmt die Gesten an. Nehmt die Gesten echt an. Ach, ich fühlte sich so eine AG. Ja, ist, äh, ich kommentiere auch gerade sehr low. Weiß ich es selbst, aber ist so, ich spiele Isaac eigentlich auch, ich muss sagen, echt ein bisschen so zur Entspannung. Keine Ahnung. Klingt jetzt vielleicht doof, weil es gibt echt teilweise Runs, wo man unter Druck gesetzt wird, aber dieser Run hier zum Beispiel ist halt echt gerade easy. Da geht easy von der Hand, deshalb macht mir sowas Spaß. Oh, hi, Grido. Bam. Geld. We are rich, Nigga. Den letzten Raum lasse ich jetzt sein. Keine Lust. Ey, wir kommen jetzt in den Chest, ne? Kann das sein? Weil wir haben noch das Blue Baby freigeschaltet, nicht? Oder? Oder Himmel? Ne, wie war das? Wir kommen doch jetzt weiter, oder? Ich glaube, wir kommen jetzt weiter. Lass mal, äh, machen hier. Sachen machen. Oder, ey, wenn jetzt nach einem Amt hat, Schluss, Herr, wäre ärgerlich. Ehrlich zu sein. Würde gerne noch weitermachen. Mein Gott. Blöder. Blödes Auge. Oh, komm, wir machen die. Alter. Ah, Gott, das war dumm, wenn ich besser ausweichen könnte. Oh, scheiß. Blödes Auge. Blödes Auge. Blödes Auge. Blödes Auge. Oh, Mann. Oh, wir kommen in den Himmel, Leute. Wie ist denn das? It lifts is jetzt gerade mal frei. Ach so, okay. Ich stehe in den Himmel, Alter. Wir müssen hier nichts mehr holen, oder? Ne, wir müssen hier nichts mehr holen, aber... Einmal so. Und einmal so. Wir machen Isaac. Das schaffen wir. Also, ich denke schon, dass wir das schaffen. Isaac sollte kein Problem sein. It lifts. Yo. Jetzt kommen wir, glaube ich, dann bald zu Dings. Zu, 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 äh, ja, zu, äh, hier halt zum, äh, zum Blödes Auge. Ach nee, wir mal, jetzt, ich bin, ich bin ja leicht verwirrt, weil ich hab das im ersten Isaac bin ich halt nur, auch nur bis mal am Start, glaube ich. Jetzt hab ich hier endlich It lifts frei freigeschaltet. Bin stolz darauf. Wir haben 99 Münzen, voll krass. Voll krass. Voll krank, ey, voll krank, die Kacke. Bam. Roll Bombe. Lol. Hä? Werden die die Tränen ab, Alter? Locker ab. Bam. Oh Gott, die gehen in die Luft. Ich seh meine Herzen nicht. Das ist, nee, oder? Oh, Leute. Oh, Leute. Warum seh ich meine Herzen nicht? Ich muss hier aufpassen. Ich hab grad nämlich sehr viel Schaden bekommen. Ich bekomm ein Herz, äh, Schaden. Ein ganzes. Ach du Scheiße. Okay, ich glaub, Isaac klatschen wird doch nicht so einfach jetzt. Muss ich vorsichtiger spielen. Einfach, weil die auch explodiert. Die rennen. Mein Gott. Was, ein blaues Herz liegt da? Hä? Oh, lol. Ich übersehen, Alter. Aber nicht. Okay, easy, komm. Ah, oh, nice. Oh, Leute, was hat denn jetzt grad so instant umgebracht? Was ist das denn? Okay, komm, in den Raum. Ah, Geld. Damit kann ich jetzt echt nichts mehr anfangen. Aber jetzt echt vorsichtig spielen. Okay. Beim Schnitzel. Vielleicht hätte ich ja jetzt gern ein Herzen. Ohne Scheiß. Ah, fuck. Vielleicht könnte ich so ein Problem werden. Ohne Witz. Ja, war nicht beide Steine. Ah, nee. Nee, nee. Hab doch nicht ganz. Nee, die können auch über Steine fliegen. Ja, die fliegen ja auch. Ist ja logisch. Ah, schade. Jetzt hab ich hier wahrscheinlich mehr Schaden genommen, als ich hier vielleicht zurückbekomme. Herzen. Ah, so Left Hand. Nee, 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 nee. Uh, Leute. Das wird knapp. Ohne Scheiß. Das wird richtig knapp. Nice Versteinerungstränen. Hammer. Herzen. Immerhin. Tour of Spades. Ein halbes Herz hin nur. Ah, jetzt. Nee, jetzt hab ich schon ein bisschen Angst, dass wir verlieren. Weil jetzt können wir auch nicht wahllos in den Zacki-Zacki-Raum gehen. Das ist ein ganzes Herz. Okay. Ja, doch. Wir würden wirklich nur eins verlieren. Weil wir fliegen, aber trotzdem. Okay, ein blaues Herz. Ah, Mams Hände mit den Typen. Okay, das war knapp. Das war richtig knapp, Alter. Da käme ein blaues Herz. Nice. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen an blauen Herzen aufgefüllt. Oh, der ist so umbrechenbar, ne? Ohne Witz. Ohne Witz. Hi. Kannst du dich mal irgendwie zeigen? Ja, rauskommen. Okay, nice. Coole Sache. Naja, nee, der Schaden stimmt zum Glück. Der Schaden stimmt zum Glück. Ah. Ja, gut. Können wir mitnehmen. Mehr Cursed. Jetzt sind wir verflucht. Wir haben nur Cursed aus der anderen hier. Reicht doch schon. Nicht? Engels des Todes. Engel des Todes. Zwei Schlüssel. Und da wäre Isaac. Okay. Oh, nice. Zwei Herzen wieder. Das gefällt mir. Nice. Zack. Und noch mehr Bömschen. Noch ein blaues. Okay, jetzt haben wir unsere Herzen auf jeden Fall wieder ganz gut aufgefüllt. Jetzt denke ich mal, haben wir nicht so die Herzprobleme. IHP-Probleme. IHP-Probleme. Sollte jetzt klar gehen. So, Steam Sale lohnt sich ja voll auf der letzten Ebene hier. Okay. Wow. Da haben wir direkt mit Judas ein Isaac-Clutch-Run geschafft. Isaac! Ich sterbe. Oh Gott, ich muss aufpassen. Ich muss ja ausweichen. Ich muss das vergessen. Ausweichen, ausweichen, nicht vergessen. Also irgendwas schützt uns manchmal, ne? Kann das sein? Oh, jetzt brauchen wir hier noch die Engel. Die Engel des Todes. Oh Gott, getroffen. Okay, jetzt fängt er hier mit der Scheiße an. Oh Gott, das ist... Das finde ich schwer auszuweichen. Diesen Megastrahl hier, ja. Ich finde doch die Musik so episch. Ohne Scheiß. Ich finde die Musik hier in diesem Kampf so episch. Weiß nicht. Richtig nice. Und... Ah, schade. Wow. Yes. Perfekt auszuweichen. Und dein Ende. Ist eingeläutet. Wir haben die Guillotine freigeschaltet. Tippie. Und ab geht's. Das war doch netter Isaac. Wie ich finde. Ja, weiß nicht. Für mich sind echt... So Isaac spielen ist für mich mehr entspannt als spannend. Sagen wir es so. Macht aber sehr viel Spaß halt dadurch irgendwie. Na gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja ruhig einen Daumen nach oben da lassen. Das wäre voll geil. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.